die collector displays diesmal vielleicht nicht so gefragt sind ich glaube kaltheim wird das set wo die draft booster zurückkommen hallo und herzlich willkommen zurück zu mtg mit patrick heute sprechen wir endlich über das neue set kaltheim der pre-release fängt dieses wochenende an und in der woche darauf also am fünften zweiten gekeilt haben auch tatsächlich dann über die ladentheke über die imaginäre über die amazon ladentheke oder car market und wir sprechen heute über den finanzaspekt des sets ich will mit euch über die gesamten mythic rares und rares gehen die meiner meinung nach erwähnenswert sind und von daher gehen wir jetzt an den bildschirm und ich schaue mit euch gemeinsam durch welche rares eben potenzial haben wo die sich preisig einpendeln könnten was man vielleicht kaufen sollte derzeit zum pre-release wochenende wir wissen ja immer da ist der supply immer sehr groß wo man noch warten kann ich denke kaltheim wird ein set ähnlich wie syndica rising wo sich einige wenige karten tatsächlich nach oben entwickeln der rest wird erstmal sinken da wir immer noch wenig paper standard haben foils werden durch die collector displays größtenteils entwertet aber es gibt im gegensatz zu commander legend zum beispiel keine richtig richtig großen chase karten außer vielleicht diesen phyrexianischen worin klecks das klingt einfach immer falsch dieses wort worin klecks korrigiert mich wie wird es ausgesprochen worin klecks klingt einfach zu deutsch für eine phyrexianische kreatur aber auf jeden fall glaube ich nicht dass es zu viele chase karten gibt so dass die collector displays diesmal vielleicht nicht so gefragt sind ich glaube kalter wird das set wo die draft booster zurückkommen und jetzt am monitor so dann gucken wir uns mal die karten hier an also ich fange mit den rares an und komme am ende noch zu ein paar mystic rares ich finde einfach die rares irgendwie spannender bei so einer set betrachtung vor allem im vorhinein weil die können ja die range von gefühlten 20 cent zu 20 euro wohingegen die mystic rares irgendwie immer einen ticken höher liegen und auch seltener sind und deswegen ist es viel viel spannender wenn eine rare 20 euro wert ist weil die chance dass du sie bekommst ist einfach größer im display das erhöht den erwarteten wert eines displays und ja ich weiß nicht ich finde es einfach spannender mystic rares ich bin immer sehr enttäuscht von denen die nichts wert sind und die viel wert sind erwarte ich eben auch dass sie viel wert haben deswegen bin ich ein bisschen gehypter bei den rares und gehe einfach mal ein bisschen durch mit euch gemeinsam am anfang ja eine honorable mention alle vier pathways ich klicke einfach nur mal durch mit euch ihr kennt die preise ungefähr die sind bei syndica rising ähnlich zwischen zwei und vier euro vielleicht mal fünf aber das ist nichts wo man jetzt wie vier of missing out haben muss sprich diese karten kriegst du auch in einem überschaubaren zeitraum noch günstig hier haben wir einmal die raktos land in schwarz und rot für aktuell 3 50 golgari schwarz und grün auch für 3 50 dann haben wir hier simic lang erwartet nehme ich an gerade für standard blau und grün für 3 65 und dann noch azorius weiß blau für 3 65 wir sehen also ja die die blauen länder sind mal wieder 20 cent teurer aber nichtsdestotrotz hier muss man keine angst haben dass man es verpasst die pathways werden noch ein bisschen günstig sein also da sollte man sich natürlich dann irgendwie bei gelegenheit sein playset zur seite legen für seine standard modern pionier decks für commander braucht man ja nur eine karte aber wenn man das gemacht hat dann reicht das auch also ich glaube es dauert auch länger bei den karten hier bis die im wert steigen werden weil sie zwar kein drawback haben und dual sind aber sie sind nicht fetchbar da sehe ich die triumphs aus ecoria immer noch stärker so hier haben wir schon eine karte die in den letzten tagen wirklich stark im preis gestiegen ist sie hat sich sogar verdoppelt das ist doomska das ist ein wrath of god effekt das heißt zerstöre alle kreaturen wrath of god effekte kostet in der regel zwei beliebige mana und zwei weiße mana und der hier kostet drei und zwei weiße aber durch die fortell mechanik kannst du diese mana kosten auf zwei züge aufteilen du kannst sozusagen im zweiten zug zwei maler bezahlen und im dritten zug drei maler und zerstörst alle kreaturen macht die karte zu etwas besonderem und haben wir so noch nicht gesehen ist der günstigste wrath effekt sozusagen den es derzeit gibt deswegen ist das eine karte wo ich glaube dass sie langfristig im preis steigen wird und man kann immer so auf das pre-release wochenende abwarten da kommen ja noch mal karten auf den markt einfach weil da die ersten spieler und nicht nur händler ihre karten auspacken von daher für commander würde ich zuschlagen für ein playset würde ich persönlich sogar jetzt schon zuschlagen weil man die noch aus einer hand bekommen kann Tivolts trickery ja ein roter counter für zwei mana ein roter hard counter sogar hätte ich nicht erwartet dass ich das noch mal sehe aber hat natürlich auch einen großen downside und zwar dass dein gegner einen anderen zauberspruch spielen darf oder ähm du kannst ihn als kombo komponente benutzen müsst ihr einfach mal googeln Tivolts trickery emra cool wie zuverlässig so eine kombo sein wird werden uns die ganzen freak spieler in der zukunft zeigen ich kann es nicht einschätzen ich glaube es ist nicht so zuverlässig ähm deswegen wäre es für mich kein playset jetzt für modern oder standard schon gar nicht ich denke für komm mal für commander ist diese karte interessant und da sehe ich dann aber die premium variante sprich vollart ähm noch ein tick höher deswegen ich würde mir mal ein fullart wenn ihr auf voll steht und vollart voll zur seite legen aber macht euch nicht verrückt ich glaube nicht dass diese karte so entscheidend wird wie sich manche vorstellen the world tree ein land was eigentlich ein legendäres land hätte sein sollen aber doch nicht ist ähm kommt getappt ins spiel aber wenn es erstmal liegt dann ist es sozusagen auch dein finisher ähm es bringt nicht nur dein finisher mit für zehn mana sondern es ermöglicht deinem deck auch dahin zu kommen durch die zweite fähigkeit ich finde es eine super starke karte insbesondere auch wieder ein commander wo man sich dann hier mal wieder die fullart variante anschauen könnte 4,40 für so eine karte klingt fair ich würde allerdings hier noch warten nach dem pre-release denke dass man diese karte da günstiger kriegt weil schon sehr speziell sehr nische ist in search of greatness das ist eine sehr starke karte in meinen augen das ist wieder etwas ähm wo auch potenzieller bann draufstehen könnte also hier würde ich vorsichtig sein ich selber habe mir da ein playset zur seite gelegt weil du bringst wieder karten ins spiel ohne sie zu bezahlen also im mana dafür zu bezahlen deswegen sowas hatten wir schon und es kann sein dass es wieder gebannt wird vor allem weil es auch wieder grün ist aber ansonsten ist es eine super starke karte und ich würde sagen kauft sie aber ja also hier würde ich aufpassen weil es kann natürlich auch echt sein dass so eine karte wieder gebannt wird also sie ist ja ich bin hin und her gerissen ich habe sie viermal gekauft dann haben wir die gute alte buy a box promo der realm walker drei mana zwei drei changeling ja wird in jedem commander gespielt was grün zur verfügung hat würde ich jetzt behaupten karte ist schon von zwei euro auf fünf euro gestiegen davon habe ich auch vier stück gekauft einfach weil ich sie super stark finde und changelings oder shapeshifter allgemein immer coole karten sind da würde ich sagen wird vielleicht noch mal kurzfristig tic günstiger ihr seht hier gerade es gibt noch eine für 4,390 danach geht es schon bei 6,950 los ich glaube für ein fünfer viel günstiger kriegt man sie in der nächsten absehbaren zeit nicht ich habe zugeschlagen und dann haben wir noch den Heilbreacher den Shark Typhoon die Skyclave Apparition von diesem Set Mystic Reflection zwei Mana spontan zauber eine super krasse Control Komponente und in meinen Augen ist diese Karte auch absolut im Pioneer Modern Legacy Commander spielbar deswegen ist das auch die teuerste Rare hier in dem Set 8,99 10,98 11,99 ich glaube sie bleibt da sie wird nicht mehr viel unter dem zweistelligen Bereich fallen von daher über 8,99 würde ich noch zuschlagen wenn ich nicht schon 4 davon gekauft hätte vielleicht sogar ein paar mehr ja Top Karte kann man nicht sagen siehe Heilbreacher siehe Shark Typhoon dann kommen wir jetzt zu den Mystic Rares und zwar habe ich hier Starnheim Unleashed große Bruder von Emirias Call aus Zennikas Rising ist natürlich ein bisschen aggressiver hier Starnheim Unleashed aber hat auch auf der Rückseite kein Land und das coole hierbei ist dass du eben auch für X einfach 0 bezahlen kannst das heißt du kannst im dritten Zug eine Sarah Angel kriegen 4,4 fliegend Wachsamkeit und das für 3 Mana oder im dritten Zug dann für 1 Mana finde ich super stark und im späteren Spiel kannst du da eben eine ganze Armee an Spielstein generieren für 5 Mana eine Mystic Rares würde ich so sogar zuschlagen Mystic Rares sind ja tendenziell teurer aber sie kommen von oben von 10, 11 Euro ja bei 4 bis 5 Euro denke ich ist das schon angebracht und für Commander braucht man sie ja nur einmal und sieht natürlich als Alternate Art auch sehr schön aus und kostet da auch nur 5 Euro also Bye dann haben wir noch Ezika God of the Tree und auf der Rückseite The Prismatic Bridge da ist mal ganz lustig wenn man sich mal die Lore zu Kaltem zuließt das ist so das Zentrum der ganzen Welt für 8 Euro 9 Euro kriegst du hier eine richtig starke Kreatur die als Kreatur natürlich nur Mana Ramp sozusagen beschert nur in Anführungszeichen aber als Verzauberung wenn das für 5 Mana liegt dann könnt ihr jeden Zug eine Kreatur oder einen Planeswalker kostenlos ins Spiel bringen für 5 Mana wenn man ein Ramp Deck hat was man dann hat wie die andere Seite verrät ist das auch ein geiler Finisher 8, 9 Euro weiß ich nicht erscheint mir noch ein bisschen viel ich würde da noch ein bisschen abwarten die fällt unter 6, 7 denke ich dann haben wir hier mal wieder einen Drachen gefühlt gibt es in jedem Set einen roten Mystic Rare Drachen mal schauen ob dieser hier mehr kann als der Leyline Tyrant aus Zenica Rising kostet 12 Euro das Gute ist er hat Eile das heißt in dem Zug in dem ihr ihn ausspielt bringt euch auch direkt was es ist Ramp in Rot ich persönlich weiß nicht ob das in Standard irgendeine große Relevanz finden wird ich sehe ihn aber auch zu schwach für Modern Commander müsste man dann eben eine Strategie da rumbauen ist auch keine legendäre Kreatur das heißt es kann nicht ein Commander sein ja ist mir für 12 Euro viel zu teuer ich würde da auch warten ich sehe er kommt schon von 7 Euro aber wenn er dahin wieder zurück geht 5 Euro, 7 Euro mehr würde ich dafür einfach nicht ausgeben dann haben wir hier noch den König der Planeswalker als doppelseitige Karte erstmal Valky God of Lies als Kreatur und auf der Rückseite ist Tybald Cosmic Impostor der erste Tybald der kein Trash ist und selbst Valky der God of Lies hat schon wirklich Power und im späten Spiel wenn Tybald erstmal liegt dann kriegst du das Emblem geschenkt für 7 Mana und dann kannst du diese Karte einfach noch spielen und das ist schon einer der muss sofort gehandelt werden von deinen Gegnern ansonsten kann er das Spiel ganz schnell übernehmen ich nichtsdestotrotz ich finde 20 Euro ziemlich teuer für diese Variante also für die einfache Variante das hier ist ja die Showcase Variante sieht echt gut aus kostet schon 43 Euro gibt es aber auch nur in voll und dann gibt es noch diese Fullert Variante für 30 Euro ich würde hier nicht mehr als 15 Euro ausgeben ist schon lustig und auch sehr stark aber ist mir keine 20 Euro wert da würde ich abwarten zumal es gibt kein Paper Magic gerade außer Commander über Spell Table vielleicht MTG Online aber also ich persönlich würde das nicht für 20, 30 Euro kaufen und dann haben wir noch das Flaggschiff des ganzen Sets Warren Klecks Monstrous Raider hier eine einfache Variante für 22 Euro hat Trampeleile und er verdoppelt deine alle Marken auf deinen Kreaturen Planeswalkern auf dir und bei deinem Gegner werden die ihm halbiert inklusive Aufrunden, Abrunden lest euch den Effekt mal durch man muss schon dreimal drüber lesen bis man ihn versteht und diese Karte gefällt mir persönlich einfach richtig gut auch in der Nerd Variante die Karte hier als mit pharaxianischer Schrift kostet da ihm auch schon 35 Euro die als foil kostet 99,97 Euro und ich denke auch dass das die Chase Card der Sets ist ja ich lüge mal nicht die habe ich gekauft für 35 ich glaube nicht dass die so aufgezogen wird ich kann mich natürlich auch total irren aber siehe Jewel Lotus der war auch seltener als man dachte und wenn nicht dann ist es mir das einfach wert weil ich finde diese Karte hat außergewöhnlichen Flavor für mich weil sie pharaxianisch ist und ich war bereit so viel Geld dafür auszugeben aber mehr als Sammlung nicht als Investition ich glaube nichtsdestotrotz ach Gott es gibt so viele Promos hier die einfache Karte ist auch schon sehr stark wenn sie nochmal wieder unter 20 Euro fällt sie ist gerade wieder am steigen ordentlich aber vielleicht fällt sie ja nach dem Pre-Release Wochenende würde ich hier definitiv zuschlagen soviel von meiner Seite Kalten kann kommen wir haben eine ganze Menge grüne Karten wieder gesehen grün scheint in jedem Set von Wizards einfach enorm viel Verstärkung zu bekommen wir haben wieder Modular Double Faced Cards gesehen auf der einen Seite ein Gold auf der anderen Seite vielleicht ein Equipment und wir haben Pathways gesehen es gibt aber auch richtig abgefahrene Karten die einfach für Commander wirklich stark sind oder die auch über Standard hinaus in Modern Pioneer spielbar sein werden wenn es denn wieder kommt also ich kann sagen Kalten ist ein Set wo ich mir persönlich jetzt keine großen Displays kaufen werde zum aufreißen weil ich glaube einfach der Wert wird nicht nach oben gehen für das gesamte Set in der nächsten Zeit die Karten die ich euch vorgestellt habe die kaufe ich mit gutem Gewissen ich denke mal im Playset Commander Stakels reicht natürlich ein One-Off also eine Karte aber seht es auch ein bisschen als Empfehlung was ihr kaufen sollt um es im Nachhinein nicht zu bereuen und nicht unbedingt jetzt immer nur als reine Investment Entscheidung wir sind ja auch alle ein bisschen Spieler spielen, sammeln, investieren geht so in einer Hand weil die neuen Karten werden eben nicht diesen Nostalgie Faktor haben wie alte Reserveless Karten von daher schaut selber welche Karten wollt ihr spielen legt sie euch zu es macht absolut Sinn weil sie so günstig sind am Pre-Release Wochenende wie selten danach viel Spaß jetzt mit dem Kaltheim Pre-Release Wochenende und bis zum nächsten Mal euer Patrick